Hallo, verpassen Sie nicht unsere Sendung am 3. November um 20.30 Uhr bei TDTV Hamburg. Unsere Highlights. Stepptanz aus Südbrasilien schafft mehr als 6 Millionen Klicks im Netz weltweit. Und die Zusammenarbeit einer brasilianischen Kinderbuchautorin für die Stiftung von Auma Obama, die Schwester von Barack Obama. TV Panema, verpassen Sie nicht. Untertitelung des ZDF, 2020